aber wir sind fast da ich glaub was war das hier drin ja ist das monster dass ich meine ich wieder willkommen in frieden ja komm traut euch weise nicht wenn du so redest na kommt schon wir wollen nur wieder eine tasche wir wollen nur eine tasche wir kommen in frieden ihr seid von whitewater verdammt ich musste da vorhin mal eben kurz was zwischenlagern wir haben gerade auch ein event